Mein Vorstellungsgespräch ist geplatzt, das war meine Chance. Tja, sieht nach einer Kündigung aus. Und mal. Wenn Sie Herrn Müllbeier unbedingt sehen wollen, dann schauen Sie doch heute 19 Uhr die Sendung 6 gegen 90. Dort ist er zu Gast. Ich bin hier angetreten, um aufzudecken, um zu entlarven, um diese ganze verlogene Politik bloßzustellen. Da bin ich wieder. Willkommen zum Wahlspecial bei 6 gegen 90 mit unseren Politikern. Ich möchte sagen, dass dieser Mann ein Verbrecher ist. Arme Frau Kleinke, ja. 90 wird der Sache auf den Grund gehen. Deshalb Nachspielung fällt weg. Die Kanzlerin im Gespräch mit Susanne Kleitke, eine Frau des Volkes, von der Politik enttäuscht. Ach, hier ist sie ja. Scheiße. Werden meine Forderungen jetzt erfüllt oder nicht? Wir können über alles reden. Gerade vor der Wahl. Halt doch mal dein blödes Maul, fette Saum. Ich gehe auch in die Moschee zum Beten, aber bitte jetzt absorten. Sie müssen die Kleitke erschießen. Die ist komplett durchgeknallt. Erschießen Sie sie. Er hat eigentlich keine Zone. Die habe ich jetzt und sie behalte ich auch. Aufhören Sie! Vielen Dank.